Hast du eine alte Rechnung zu begleichen? Hat man dir schon wieder die Braut ausgespannt? Puscht dir immer noch einer ins Handwerk? Dann hol das Söldnerkommando! Ihr Burschen, ihr Supermacker nagelt alle, he? Das Söldnerkommando ist wieder da, als exklusive Blu-Ray-Weltpremiere. Das kann doch nicht wahr sein! Dein Lieblings-Videotheken-Klopper kommt jetzt in perfekte Abtastung mit jede Menge Extra-Action und einer ordentlichen Salve Extras. Ach du rüberzahlte Dicker! Mit dabei die drei atemberaubenden Dokus. Planet of the Tapes über die gute alte VHS-Zeit. Ist das ne Scheiße! Und Grindhouse All-Stars, als Gewalt im Kino noch groß geschrieben wurde. Ach, ich glaub, die Kessellippe höre ich mir nicht lange an. Doch! Nämlich bei Schnodderdab! Diese Kessellippe hört man sich an. Bei diesem Programm heißt es Ruckzuck Fresse Dick! Ich merk schon, du willst mir einen gebrauchten Lutscher ans Hemd kleben, du Bratenbengel! Nein, wollen wir nicht! Dazu Behind-the-Scenes-Material, Interviews mit Cast und Crew und vieles mehr für Nass! In zwei hammergeilen Mediabooks sowie in einer Retro-VHS-Edition. Alles streng limitiert. Das Söldnerkommando. Joe braucht dich! iendoh�지 Schick